Jetzt möchte ich erstmal den XDJ-1000 MK2 mal ganz genau anschauen, denn alles was wir bislang gelernt haben, das habe ich auf dem Controller gemacht und wenn wir jetzt mit einem XDJ-1000 oder XDJ-700 oder auch CDJ-3000 arbeiten, das sind ja quasi die drei Media Player Modelle, die Pioneer DJ aktuell im Sortiment hat und dort haben wir immer noch ein großes Display, das heißt wir brauchen jetzt kein Rekordbox, sondern wir können diese ganzen Einstellungen, wir können das alles von hier vornehmen, also Track-Organisation, Media Player Einstellungen und Performance Tools und deswegen möchte ich, dass wir uns jetzt mal das ganze Display in Ruhe anschauen und nochmal hier ein paar Dinge wiederholen. Also zunächst einmal, das Layout ist ja im Grunde genommen eigentlich immer gleich, wir haben dann hier wieder den großen Pitch Fader, womit ich das Tempo verändern kann, dann haben wir oben den Master Tempo Button, womit ich ja die Tonhöhe sozusagen fixieren kann, dann haben wir hier noch mit dem Tempo Button die Tempo Spanne, also ob ich jetzt um plus sechs Prozent das ganze erhöhe oder plus zehn oder plus sechzehn Prozent oder noch höher. Dann den Jog Mode, hier kann ich das ganze auf Vinyl umschalten, womit ich eben scratchen kann oder ich kann das ganze lassen, dann kann ich so eben nicht scratchen und dann habe ich noch die Möglichkeit, dass ich Start- und Stopp-Sat hier entsprechend einstelle, also links haben wir sozusagen keinen Vinyl-Modus, das heißt ich drücke auf Play und der Track kommt sofort wie aus der Pistole geschossen und ich drücke auf Stopp und der Track stoppt sofort und wenn ich eine Startzeit und eine Bremszeit haben will, wie bei einem analogen Plattenspieler, drehe ich das Ganze eben nach rechts und dann braucht der entsprechend bis der Track startet und ich werde jetzt mal einen USB-Sick hier reinschieben, da muss man einen kurzen Augenblick warten bis die Lampe hier komplett leuchtet und dann muss ich einfach nur hier links auf meine Quelle klicken und zwar auf USB und dann haben wir ja auch schon hier dieses Menü, was wir auch schon kennen, dass hier eben My Settings Data gefunden wurden auf dem USB-Stick und wenn ich den importieren möchte, dann muss ich einfach nur ganz kurz hier im Display, wo Menü draufsteht, kurz drauf tippen und dann kann ich hier unten mit Load das Ganze laden und jetzt ist vor allen Dingen auch die deutsche Sprache hier drin und dann sieht das aus, dass neben dem englischen Text darunter auch der deutsche Text angezeigt wird und jetzt lade ich erstmal einen Track und dann schauen wir uns noch die restlichen Funktionen vom Player an. Also ich kann direkt hier, wo Browse steht, dann mit diesem Data Encoder kann ich entsprechend hier runterscrollen zu meiner Playlist und wenn ich in die Ebene rein möchte, also sprich einen Schritt nach rechts, dann muss ich hier einfach nur draufdrücken, dann bin ich jetzt eine Ebene tiefer gegangen und dann gehe ich jetzt in den Ordner Tutorial Experts und dann in die Playlist Tutorial Experts und hier nehme ich jetzt den Titel Background Hip Hop. Mit einem Push kann ich das Ganze laden und jetzt sehen wir auch schon, der hat jetzt den Track geladen und jetzt schauen wir uns noch mal an, wie das hier mit Vinyl Speed Adjust funktioniert. Ganz nach links gedreht, ich drücke auf Start und der Track feuert sofort los. Wir haben keine Start- und Bremszeit und wenn ich das Ganze mal nach rechts drehe, also ich glaube die Nummer ist klar geworden. Dann hier links haben wir entsprechend die bekannten Buttons Play, Pause und Cue und darüber haben wir Track Search und Search. Das heißt Track Search kann ich sozusagen in meiner Playlist einfach einen Track weitergehen. Jetzt bin ich in der Playlist in dem nächsten Track, wieder dem nächsten Track, aber ich bewege mich dennoch in der Playlist. Das ist ganz wichtig und wenn ich sozusagen in dem Track eine bestimmte Stelle suchen will, kann ich das mit Search machen? Muss ich aber nicht. Ich kann genauso gut hier unten, wo draufsteht Needle Search, auch genau das kann ich nehmen. Das heißt, ich kann mit meinem Finger einfach direkt in die Wellenform reingreifen und mir entsprechend die Position raussuchen und man hört das auch, wie ich durch den Track fahre. Aber das funktioniert, nur wenn der ganze Player auf Pause ist. Wenn ich das Ganze wiedergebe, funktioniert Needle Search nicht. Man sieht zwar, dass dieser rote Balken auf einmal grün wird und ich hier so durchfahre, aber die Wiedergabe wird nicht unterbrochen und genauso soll es auch sein. Da drüber unter Direction haben wir einfach nur die Möglichkeit, dass ich das Ganze rückwärts abspielen lasse. Wenn ich hier mal drauf drücke, ist es vor allen Dingen auch rot. Das ist wichtig, dann weiß ich, das Ganze wird rückwärts abgespielt. Das kann ich entsprechend deaktivieren. Dann habe ich hier oben wieder bekanntermaßen die Möglichkeit, mir einen Loop-Punkt zu setzen. Das heißt, wenn das Ganze leuchtet oder aufblinkt, bin ich in einem Loop gefangen sozusagen und hier mit dem Button gehe ich aus dem Loop wieder raus. Und man sieht es auch, wie dieser Loop-Bereich nicht mehr orange ist und ich bin einfach da rausgefahren. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, die Quantisierung an- und auszustellen. Das macht Sinn, wenn wir gleich mit Q-Punkten arbeiten. Und hier, wo Time-Mode draufsteht, kann ich entweder sagen, dass mir noch die Restdauer angezeigt wird oder die abgespielte Dauer. Das heißt, der Track lief jetzt 58 Sekunden bzw. dauert jetzt noch 29 Sekunden. So, und dann können wir jetzt auch schon direkt uns mit dem Display beschäftigen. Also, hier links haben wir die Quellen-Link. Das schauen wir uns ja später noch an. Auf jeden Fall, wenn ich auf USB klicke, bin ich jetzt erstmal in meinem USB-Stick drinne. Und dann kann ich hier rechts mit dem Back-Button immer eine Ebene nach oben gehen, solange, dass mir letztendlich der USB-Stick angezeigt wird. So heißt der USB-Stick Kai, da sind 17 Songs drauf, 7 Playliste, dann und dann wurde der gemacht und so viel Gigabyte habe ich noch frei. Und dann kann ich, wenn ich auf den Encoder klicke, eine Ebene tiefer gehen und jetzt habe ich hier die Kategorien und kann zum Beispiel mal in meine Playlisten reingehen. Rechts werden mir die Ordner entsprechend angezeigt. Gehe ich mit dem Push-Encoder in diese Ebene rein und jetzt habe ich hier unterschiedliche Ordner-Symbole und auch eine Playlist. Und jetzt gehe ich mal in den Ordner Tutorial-Experts rein, das kennen wir schon. Und hier sehen wir eben auch das Playlisten-Symbol. Gehe ich nochmal in die Ebene rein und jetzt sehen wir die Tracks mit dem entsprechenden Titelnamen und dann auch entsprechend Key, also die Tonart und das Tempo. Und der Titel in grün ist natürlich der, der gerade läuft. Und so kann ich mir Titel für Titel hier einen raussuchen. Und dann haben wir hier unten die Wellenform in blau. Hier sehen wir die Tempo-Abwaltung. Abweichung, das heißt von meinem Pitchfader, wenn ich das Ganze auf die Mittenstellung drehe, haben wir entsprechend eine Tempo-Abweichung von 0%. Und wenn ich den Pitchfader jetzt mal ein bisschen nach oben schraube, haben wir jetzt eine Tempo-Abweichung von 10%. Und das kann natürlich auch ein bisschen größer gehen. Ich könnte jetzt hier auf den Tempo-Button mal draufklicken und jetzt kann ich zum Beispiel, sieht man hier, eine Tempo-Abweichung von bis zu 16% machen oder wenn ich nochmal draufklicke bis zu 100%. Das heißt, Tempo hier und Tempo dort arbeiten zusammen. Dann ganz wichtig, rechts habe ich die Möglichkeit, Master bzw. Sync einzustellen. Das heißt, wenn dieser Player per Ethernet mit einem anderen XDJ angeklemmt ist, arbeiten die beide in dem Pro-DJ-Link-Verbund. Und dann habe ich eben die Möglichkeit, dass ich einen als Master deklariere und die anderen per Sync dazuschalte. Das schauen wir uns später noch an. Dann in der Wellenform sehen wir auch die Hot-Queues bzw. die Memory-Queues. Und die Memory-Queues, das sind hier die oben in rot. Und wenn ich mal auf Perform klicke, dann habe ich hier eben auch diese Pfeiltasten für die unterschiedlichen Memory-Queue-Punkte. Und wir sehen auch, wenn ich jetzt mal zum Beispiel nach links gehe, ist der eine Memory-Queue weiter nach links gegangen. Wenn ich nach rechts gehe, geht der eine weiter nach rechts und noch weiter nach rechts. Und hier oben, wo A, B, C, D steht, kann ich die Hot-Queues anwählen. Das heißt, ich könnte jetzt in meinen Track an eine Position gehen, zum Beispiel hier. Und klicke hier mal auf A. Und das Ganze geht auch schon los. Und jetzt habe ich hier den Hot-Queue A gesetzt. Und jetzt sehen wir eben die Memory-Queues, die haben einfach nur diese kleinen roten Dreiecke. Aber die Hot-Queues, die haben dann hier tatsächlich erstmal wieder die Farben und dann auch die Buchstaben A, dann zum Beispiel B und zum Beispiel C. Und zum Beispiel C. Das heißt, jetzt habe ich A, B, C. Und wenn ich die Hot-Queues so anwähle, dann läuft das quantisiert ab. Das heißt, ich kann die Quantisierung auch ausschalten. Das heißt, dann kann ich sozusagen in Finger-Drumming-Manier, ohne dass das jetzt irgendwie taktgenau funktioniert, kann ich hier die Hot-Queues anspielen. Und wenn ich die Quantisierung anmache, dann funktioniert das eben mit jedem Takt. Und die Quantisierung kann ich vor allen Dingen auch einstellen, wenn ich jetzt mal aus dem Perform-Modus rausgehe, ich hier oben wieder meine Leiste habe, ich ins Menü gehe und hier unter Quant High Speed Value kann ich sagen, dass ich zum Beispiel eine Quantisierung nicht nur mit Takten haben möchte. Mit dem Push-Encoder bin ich jetzt sozusagen in das Feld reingegangen. Jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, dass ich das mit Viertelnoten haben möchte. Gehe ich wieder in Perform und probiere ich mal direkt aus. So, also für Finger-Drumming-Geschichten ist ein Viertel oder ein Achtel tatsächlich gar nicht so schlecht. Ja, gehen wir nochmal zurück in den Perform-Modus. Ich kann natürlich auch die restlichen Hot-Queues erreichen. Also hier haben wir ja A, B, C, D. Klicke ich mal auf Bank, dann haben wir E, F, G, H. So kann ich sozusagen acht Hot-Queues hier direkt anwählen. Da drüber haben wir nochmal eine detailliertere Wellenform an sich. Und zwar mit dem Encoder kann ich reinzoomen in das Ganze oder rauszoomen. Das ist dann mir überlassen, wie ich es gerne hätte. Und da drüber, da zählt sozusagen immer jemand 1, 2, 3, 4. Also im Hintergrund zählt einfach jemand immer mit und dann weiß ich ganz genau, wo die 1 ist. Hier ist die 1, die 2, die 3, die 4. Und bei laufender Wiedergabe zählen wir mal mit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und wenn ich einen Hot-Queue löschen möchte, dann muss ich einfach nur auf Delete klicken. Jetzt wird das hier rot angezeigt und ich kann meinen Hot-Queue raussuchen, den ich entsprechend löschen möchte. Zum Beispiel diese beiden. So kann ich also Hot-Queues löschen. Okay, genauso gut kann ich auch die Memory-Queues löschen. Hier mit den File-Tasten könnte ich zum Beispiel mal diesen dritten Memory-Queue, also hier haben wir 1, 2 und 3, könnte ich mit Delete auch den entsprechend löschen. Und so habe ich einen Memory-Queue gelöscht. Hier unter den Hot-Queues habe ich die Möglichkeit, direkte Loops zu setzen. Das heißt, vorher hatte ich ja mir über diese Buttons einen Loop gesetzt. Das war aber allerdings ein Loop mit einer selbst definierten Länge. Und hier sind eben vorgefertigte Längen von einem halben Takt, ganzer Takt, zwei Takte, vier Takte. Das heißt, ich lasse die Wiedergabe laufen und drücke hier zum Beispiel mal auf die 1. Dann habe ich einen Loop von einem Takt. Und ihr habt es auch schon gesehen, hier rechts gibt es die Multiplikatoren, womit ich den Loop immer halbieren kann oder verdoppeln kann. Und das ist natürlich für Performance-Zwecke ganz praktisch, dass ich erstmal so einen zweitaktigen Loop setze, dann drücke ich hier auf Halbieren und dann habe ich einen eintaktigen Loop. Und dann wird der Loop immer kleiner, kleiner, kleiner und ich erzeuge schöne Spannung. So zum Beispiel. Dann gibt es hier oben links noch ziemlich unscheinbar Hot Cue und darunter Beat Jump. Ja, auch da drauf kann man klicken, also Hot Cue. Dann habe ich hier oben in der Leiste meine Hot Cues, die ich anwählen kann. Und wenn ich auf Beat Jump klicke, kann ich entsprechend einen Takt vorspulen oder zurückspulen. Das passiert immer taktgenau oder beziehungsweise nicht vorspulen, sondern springen. Oder zwei Takte vor- und zurückspringen oder vier Takte vor- und zurückspringen. Und das Tolle bei der Funktion ist eben, egal wie doll ich da drauf drücke, das passiert alles taktsynchron. Das heißt, ich kann in meinem Track so ein bisschen herumspringen, ohne dass das Publikum zwingend was davon mitbekommt. Okay, gehen wir mal aus dem Perform-Modus wieder raus. Jetzt geht es ein bisschen zu der organisatorischen Geschichte. In dem Browser, das hatten wir uns ja auch schon angeschaut, gibt es rechts noch die Taglist. Und in die Taglist, das ist mein leerer Plattenkoffer, da muss ich erstmal Dinge reinpacken. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel mal einen Track einfach so anwählen mit dem Encoder. Und jetzt kann ich den in die Taglist packen. Und das funktioniert, indem ich oben diesen Button, wo drauf steht Tag Track. Jetzt habe ich diesen Track Haus in meine Taglist gepackt. Gehe ich einen Track mal nach unten, drücke ich wieder auf Tag, habe ich den zweiten Track in die Taglist gepackt und den dritten. Und jetzt sehen wir vor allen Dingen auch hier, dass wir jetzt eben drei rote Pfeile haben. Das heißt, diese drei Tracks sind jetzt in der Taglist in meinem leeren Plattenkoffer gelandet. Und das sind dann zum Beispiel Tracks, die ich im Set grundsätzlich noch spielen möchte, für die ich mich gerade eben entschieden habe. Und wenn ich das Tag wieder löschen will, dann drücke ich einfach wieder hier auf den Button Tag Remove, zack. Und so kann ich sie auch wieder rausschmeißen und dann ist der Plattenkoffer wieder leer. Ja, wenn ich Infos zu meinem Track haben möchte, dann gehe ich hier einfach rechts einen Schritt weiter unter Info. Jetzt wird mir hier entsprechend die Info des Tracks angezeigt. So heißt der Track, so lange geht der Track, so ist das Tempo, so ist die Tonart, so ist die Bewertung, hier ist das Genre. Und dann kann ich hier eben Track für Track mir diese Info nochmal anzeigen lassen. Und hier unten links sehen wir die Player Nummer und wenn wir uns in einem Pro DJ Link Verbund befinden, also sprich im Netzwerk, dann müssen die Player natürlich auch Nummern haben. Also es kann jetzt nicht sein, dass wir zwei XDJs haben und beide haben zum Beispiel die Nummer 1. Der eine hat dann die Nummer 1, der andere die Nummer 2 und wenn noch ein dritter dazu kommt, hat er die Nummer 3. Das können wir manuell bestimmen, das können wir aber genauso gut automatisch bestimmen. Das heißt, wir gehen ins Menü und scrollen mal nach unten und hier Player Number, das ist jetzt ausgegraut, das ist standardgemäß auf Auto eingestellt. Das kann man nur einstellen, wenn der USB-Stick wieder raus ist. Das heißt, den müsste ich mit einem langen Druck auf USB-Stop rausschmeißen, dann wäre der USB-Stick nicht mehr drin. Dann könnte ich hier die Player Nummer umstellen auf Auto oder 1, 2, 3, 4. Jetzt kommen wir noch zu einer ziemlich wichtigen Sache und zwar hier rechts den Button Shortcuts. Wenn ich hier mal drauf klicke, dann habe ich hier wichtige Shortcuts, auf die ich immer wieder zugreife und hier rechts steht Track, Playlist, Search und Matching. Und das ist nichts anderes, wenn ich mit Back mal wieder rausgehe, das sind letztendlich diese Kategorien hier am Anfang in meinem Browser. Das heißt, wir haben ja hier einmal die Kategorie Track, dann die Kategorie Playlist, dann die Kategorie Search und dann Matching. Und diese vier, weil die eben häufig benutzt werden, gibt es eben als Shortcuts direkt hier verfügbar. Unter Track, unter Playlist, unter Search klicke ich mal rauf und jetzt kann ich meinen Plattenkoffer durchstöbern, indem ich jetzt hier mal meinen Titel zum Beispiel eintrage. Und unter Matching hier landen eben Tracks, die zu dem aktuell laufenden Track passen. Das hatte ich ja in der Rekordbox euch schon gezeigt, wie man das einstellt. Und dann haben wir eben noch hier die Playlisten, was wir auch schon kennen, beziehungsweise die Tracks. Und das ist eben praktisch, dass ich das als Shortcut hier direkt im Zugriff habe. Dann auch hier kann ich My Settings kann ich entsprechend laden oder speichern. Das macht auch Sinn, dass diese Funktion hier ist. Wenn ich also meinen USB-Sync reingestöpselt habe, kann ich direkt in die Shortcuts reingehen und kann dann direkt sagen, ich möchte meine Einstellung bitte laden. Auch die Wellenform-Kolorierung kann ich zum Beispiel hier auf RGB umstellen. Und jetzt hat man auch direkt gesehen, jetzt ist hier eine RGB-Farbvisualisierung oder es ist eben alles blau. Auch das kann ich hier einstellen. Dann die Quantisierung, das Raster. Da hatte ich euch ja vorhin den Umweg über das Menü gezeigt. Hier kann ich das schneller einstellen, weil das Raster ist ja wichtig, wenn wir mit Hotkeys arbeiten, dass ich das zum Beispiel immer mit jedem Takt mache. Dann Hotcue-Autoload ist zum Beispiel auf On eingestellt. Hier könnte ich aber auch sagen, dass ich die Hotkeys gar nicht automatisch laden möchte. Und dann das Phasimeter können wir hier auch unterschiedlich einstellen. Also Shortcuts sind tatsächlich eine sehr sinnvolle Funktion, auf die man immer wieder zurückgreifen kann. Ja, das waren auch tatsächlich die wichtigsten Einstellungen. Also hier links nochmal die Quellen. Wenn ich den jetzt per USB anschließen würde, müsste ich entsprechend auf Rekordbox klicken. Dann würde der sich sozusagen mit der Rekordbox-Software verbinden. Wenn ich im Pro DJ Link verbunden bin und ich sozusagen bei einem anderen XDJ ein USB-Stick dran habe, aber hier nicht, dann würde ich entsprechend auf Link gehen, aber wenn ich einen USB-Stick direkt hier angeklemmt habe, klicke ich eben auf USB. Ach genau, unten links habe ich noch vergessen, der Slip-Modus. Das ist ja der Modus, dass ich sozusagen beispielsweise scratchen kann oder mit Hotkeys arbeiten kann, aber im Hintergrund läuft die Wiedergabe weiter. Das heißt, ich lasse mal kurz die Wiedergabe laufen. Und ich hoffe, ihr habt es gesehen, die Wiedergabe, die lief einfach weiter. Und jetzt habe ich zum Beispiel den Player auf Pause gemacht. Ich bin nach wie vor im Slip-Modus, das heißt heimlich läuft der Track einfach weiter. Und wenn ich jetzt auf Play drücke, dann ist es entsprechend bei der Position, wo der HotQ A ist. So, und jetzt habe ich den Slip-Modus wieder deaktiviert. Das waren die wichtigsten Einstellungen, wenn man mit dem XDJ 1000 arbeitet. Und dann findet man sich entsprechend auch bei dem XDJ 700 zurecht. Und den CDJ 3000, sozusagen das nächstgrößere Modell, das schauen wir uns ja später nochmal an. Wir hoffen dazu wieder. Wir hoffen dazu. Wir hoffen dazu. Wir hoffen dazu. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.